Musik Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Sascha Ott, ich spreche hier heute quasi als Vertreter der Ingenieure. Wir haben ja bislang den Gesamtblick gehabt auf die Mobilitätsentwicklungen, auf die Dynamik und was damit auch gesellschaftlich ein Stück weit anhergeht. Ich selber möchte den Blick darauf jetzt mit Ihnen zusammenrichten, was bedeutet das denn jetzt für einen klassischen Produktentwicklungsingenieur, der jetzt mit diesen, aus diesen Entwicklungen resultierenden Anforderungen in der Entwicklung neuer Antriebssysteme umgehen muss. Was folgt daraus? Und wenn man da einfach mal die Perspektive zunächst mal der deutschen Fahrzeugindustrie, und das ist nun mal ein wichtiger Faktor in dem ganzen Player, ist nun mal die Fahrzeugindustrie nach wie vor, dann gibt es da gewisse Motivatoren, die letztendlich die Antriebssystementwicklung massiv beeinflussen. Der wichtigste Motivator im Moment aus dieser Sicht ist ganz klar die CO2-Entwicklung. CO2 kostet einfach massiv Geld, damit muss man umgehen, das ist eine gesetzliche Vorgabe, und das erzeugt also einen gewissen Innovationsdruck. Auf der anderen Seite ist es klar, haben wir so Long-Term-Themen wie Verfügbarkeit der Energieträger, Träger, Verfügbarkeit der Kraftstoffe, die natürlich immer, das wurde schon angesprochen, seit den 70er Jahren zumindest im Bewusstsein sind, aber es kommen ganz viele andere Themen dazu, wie eben neue Nutzwerte, die ich eben auch mit neuen Antriebstechnologien schaffen muss, wenn ich entsprechende Angebote, Services darstellen will. Darauf möchte ich jetzt im Folgenden eingehen. Ja, Herausforderung CO2 hier in Ausschnitt aus dem viel zitierten Kyoto-Protokoll, ohne jetzt auf die Details einzugehen, auch mit Blick ein bisschen auf die Uhr, es folgt aber sehr schnell die Ableitung für unsere Situation in der Antriebsentwicklung. Wir sind letztendlich in der Pflicht, hier letztendlich europaweit gesehen, weltweit, mit 95 Gramm CO2, die hier für 2020 vorgegeben sind, als Flottenverbrauch voranzugehen. Ich weiß, dass diese Zahlen natürlich ein Stück weit diskutabel sind, einfach weil sie sich auf Zyklen beziehen und nicht auf den Real-World-Verbrauch, aber es ist letztendlich mal ein Zielkorridor, mit dem man arbeiten kann, auf den man hinarbeiten kann. Stellt sich die Frage, was sind denn die Antriebstechnologien, die dazu jetzt führen? Wir haben in den Vorgängervorträgen schon immer wieder mal Elektromobilität gehört, der Wasserstoff von Toyota wurde schon zitiert. Ich habe mal so einen kleinen Überblick gebracht, dessen, was der Stand der Technik verfügbar ist und die Frage gestellt, welches ist denn der CO2-minimale Antrieb? Der Toyota sagt ganz klar in der neueren Strategie, Wasserstoff mit Brennstoffzelle. Also ich stelle quasi elektrische Antriebsleistung zur Verfügung, indem ich Wasserstoff als Energieträger mit hineinnehme und damit eben nicht mehr auf batterieelektrische Fahrzeuge in der Elektromobilität setze. Das hat im Übrigen neben der Reichweiten-Diskussion auch ganz klar leistungsdichte Elemente. Komme ich später noch darauf zurück. Vollbatterieelektrische Fahrzeuge, wie vor einigen Jahren, als die Substitutionslösung für den konventionellen Verkehr quasi definiert und angepriesen. Sind es Range Extender-Fahrzeuge, wie wir es heute bei BMW zum Beispiel sehr stark sehen, also sprich Fahrzeuge, die batterieelektrisch dargestellt sind von der Antriebsseite her, aber deren begrenzte Reichweite durch ein zusätzliches Notstromaggregat an Bord, also wenn die Batterie leer ist, ich entsprechend über einen Verbrennungsmotor und einen Generator dann zusätzlich Strom erzeuge, um dort voranzukommen. Das klingt vielleicht mit Blick auf die Mehrfachenergiewandlung zunächst mal total unsinnig, aber es ermöglicht komplett neue verbrennungsmotorische Konzepte, die dann in der CO2-Bilanz wieder sehr viel besser sind, wie jetzt so ein Verbrennungsmotor, der die komplette Reichweite und Antriebsleistungsspektren eines Fahrzeugs abdecken muss. Sind es Hybridantriebe, wo ich beides an Bord habe, klar ist der Range Extender auch ein Hybridantrieb, der Hybrid ist letztendlich nur so definiert, dass ich zwei unterschiedliche Energiequellen und Kraftmaschinen an Bord habe. Der Hybridantrieb ermöglicht mir, funktional betrachtet vor allen Dingen eins, ich kann sehr viel mehr Funktionen sehr viel präziser darstellen. Ich kann Getriebe mit faktisch unendlich vielen Gängen bei gleichzeitig sehr hohem Wirkungsgrad realisieren, sodass ich meine Verbrennungskraftmaschine immer in einem sehr guten, wenn nicht sogar im optimalen Betriebspunkt betreiben kann, was ich mit konventionellen Systemen zumindest nicht in dem Wirkungsgradbereich darstellen kann. Oder ist es, wenn man den gesamten Energiekette betrachtet, nicht letztendlich doch wieder der klassische Verbrennungsmotor, der dann irgendwann am Ende dieser momentan in Richtung Vielfalt gehenden Entwicklung dann wieder stehen wird. Das wissen wir nicht ganz genau, aber vielleicht wundert es, dass ich jetzt den Verbrennungsmotor so darlege, aber denken Sie daran, auch ein Verbrennungsmotor kann CO2-neutral sein, sofern der Kraftstoff, den ich da drin verbrenne, eben nicht fossil ist und eine Wandlung über viele Millionen Jahre entsprechender Theorien, wie eben das Erdöl entsteht, dargestellt wird, sondern voll synthetisch. Also auf chemischem Wege, auf Basis von regenerativen Energien dargestellt, habe ich hier durchaus Möglichkeiten, eine Antriebsleistung zur Verfügung zu stellen, die über die gesamte Energiekette betrachtet, über den gesamten Zyklus betrachtet, CO2-neutral sein kann, aber klar, nicht lokal emissionsfrei. So, die Frage, welches ist der CO2-minimaler Antrieb, kann ich also folglich nicht beantworten, genau wie die Kollegen auch jetzt nicht final beantworten können, was in der Dynamik des entsprechenden Mobilitätsszenarios ist, aber ich kann eins schon mal darstellen und Ihnen dann auch aufzeigen an dem Beispiel, wie wir als KIT dann doch einen wertvollen Beitrag leisten können. Als Zwischenfazit, wir haben einen sehr großen Lösungsraum an antriebstechnischen Möglichkeiten jetzt auf einmal. Während Sie in der Vergangenheit mit wenigen hundert Kombinationsmöglichkeiten in der Antriebstechnik leben mussten, also jeder kennt das, Benzin, Diesel, Vorderrad, Hinterradantrieb, verschiedene Getriebekonzepte und, 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 haben Sie jetzt auf einmal einen Lösungsraum, wir haben das mal für einen ganz klassischen Pkw einfach mal ermittelt, durchschnittliche Funktionalität im Sinne von Verbrauchreichweite etc., so wie man das heute nach so einer Euro-6-Norm dann darstellen würde, da kommen Sie auf eine Realisierungsanzahl von ungefähr 100 Millionen Varianten, die darstellbar sind. Da stellt sich die Frage, da stellt sich die Frage, wie erkenne ich jetzt als Produktentwickler, was ist denn eigentlich überhaupt der Antriebsstrang, der wirklich optimal ist. Die Industrie hat das entscheidende Problem damit, das zu erkennen, da die gesamten industriellen Entwicklungsprozesse an der Stelle auf Erfahrung basieren. 125 Jahre noch länger Erfahrung in dem Bereich sorgen dafür, dass man ein Stück weit auf diese Erfahrung aufbauen muss, ganz klar, die kann man nicht über Bord werfen, um Gottes Willen, aber man muss, um diese Pfade zu verlassen, ganz neue Modellvorstellungen in die Köpfe der Menschen bringen, sie müssen ganz neue Entwicklungsmethoden darlegen, damit sie überhaupt diese Rekombinationsvielfalt innen so fokussieren, dass sie dann auch das erkennen, was ihnen das beste Potenzial bietet. So, das ist der eine Strang, da werde ich gleich nochmal drauf zurückkommen, dann gibt es aber ganz kurz eingeschoben nochmal einen zweiten Strang, der jetzt bei den Vorrednern sehr stark dargelegt wurde, nämlich die Mobilität als Trend im Sinne, es gibt eine Entwicklung hin von, ich nutze Mobilität, ich bin Mobilitätsnutzer, ich bin Fahrzeugnutzer und nicht mehr Fahrzeugbesitzer. Es hat eine ganze Reihe von Mobilitätsdienstleistungen, Carsharing wurde sehr intensiv angesprochen, intermodale Systeme wurden angesprochen, all diese Dinge sind Services, wie ich es hier genannt habe, die also im Widerspruch ein Stück weit stehen zum klassischen Fahrzeugkonsum. Wieso stehen die Widersprüche? Naja, sie verändern auf jeden Fall was. Ich habe auf einmal nicht mehr einen Fahrer, wenn Sie sich ein klassisches Carsharing-Modell, wie jetzt hier in Karlsruhe ja sehr schön etabliert anschauen, Sie haben viele Fahrer, viele Fahrer bedeutet aber auch, das hat technologische Konsequenzen für meinen Triebstrang. Ich möchte so ein paar Beispiele machen. Ich habe hierhin geschrieben, Zeitvariante Menschkalibrierung, das klingt etwas merkwürdig, der Begriff, ist aber ein Fachausdruck aus der Psychologie. Die Zeitvariante Menschkalibrierung sagt nichts anderes aus, als dass wenn Sie ihn als Fahrer ein Fahrzeug benutzen, Sie sich an dessen Eigenschaften ein Stück weit gewöhnen. Sie haben eine Erwartungshaltung, wenn Sie wieder in das Auto einsteigen. Und ich kann jetzt mal einem konkreten Beispiel machen, wie das bei Carsharing auf einmal anders ist. Auch das, plakatives Beispiel, aber live erlebt hier in Karlsruhe, nagelneue Kleinwagen, ich sage, die mag er mal nicht. Man steigt ein und als jemand, der es gewohnt ist, Antriebsstränge auch unter Schwingungskomfortaspekten zu bewerten, fährt man damit und sagt, oh, das ist ein toller Triebstrang. Haben Sie schön gemacht, die Kollegen. Zwei Wochen später, gleiches Fahrzeug. Sehr viel mehr Fahrleistung, also im Sinne von Kilometer, auf dem, also entsprechend schon abgefahren. Klar, das Fahrzeug ist ständig im Betrieb, wieder ins gleiche Auto hinein. Man fährt und denkt, um Gottes Willen, das ist ja ganz anders als vor zwei Wochen noch. Das fällt Ihnen als Normalnutzer in Ihrem privaten PKW gar nicht auf, weil das ein schleichender Vorgang ist. Das hat was mit irgendwelchen Veränderungen in den Kunststoffen zu tun, bei den Veränderungen bei den Motorlagern etc. Das Geräuschverhalten ist auf einmal ein anderes. Aber aufgrund der großen Kilometerleistung, die dazugekommen ist zwischen Ihrer ersten Fahrt und der zweiten Fahrt und die noch nicht vergessenen Erwartungshaltung, bemerken Sie das auf einmal. Das ist den Fahrzeugherstellern, wir haben da auch entsprechende Erhebungen gemacht, wir haben mit den Fahrzeugherstellern gesprochen, ist das durchaus bewusst das Problem. Aber dadurch, dass diese Fahrzeuge für Carsharing-Applikationen noch nicht den Marktimpact haben, wir reden über wenige tausend Fahrzeuge im Moment noch, ist das natürlich noch kein Entwicklungsziel an der Stelle. Gleichzeitig will man natürlich auch nicht eine Carsharing-spezifische Variante auf den Markt bringen. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht an die Taxi-Variante vom Daimler, das will man heute nicht mehr, weil man ja natürlich damit suggeriert, dass der Normalkunde eigentlich ein schlechteres Auto kauft. Was natürlich nicht wahr ist, das ist nur ein anderes Nutzerprofil, ein anderes Anforderungsprofil. So, damit muss man aber lernen umzugehen. Und das hat einen weiteren Impact. Also wenn Sie zum Beispiel an die Premium-Hersteller, wir haben ja gesehen, da gibt es ja auch einige Carsharing-Angebote aus deren Reihen direkt, dann hat das natürlich sofort Image-Auswirkungen. Denen begegnet man und das ist mit ein Grund, warum die Premium-Hersteller zum Beispiel keine oder bevorzugt diese flexiblen Modelle betreiben, denen begegnen die momentan mit einem verstärkten Serviceeinsatz. Das heißt, man hat also sehr viel Aufwand mit Technikern, mit Mechanikern, die ständig am Nachbessern sind, damit letztendlich die Fahrzeuge kein schlechtes Image erzeugen vor Kunde, der ja potenziell in einer anderen Lebenssituation, beim Herr Kagerbauer hat man das sehr schön gesehen, dann irgendwann vielleicht auch wieder Fahrzeugbesitzer wird. Gut, und dann gibt es natürlich ganz einfache Nutzerthemen, wie die informatorische Rückkopplung. Damit ist gemeint, der Nutzer im Fahrzeug, der reagiert auf sein Fahrzeug, aber wenn er das Fahrzeug ständig wechselt, dann muss er sich natürlich auch immer an das Fahrzeug neu gewöhnen. Das kennt jeder, der ab und zu mal zwischen einem Automatgetriebe und einem Handschalter gewechselt hat. Das ist natürlich auch feingranulare Effekte, die da eine Rolle spielen. Vereinfachte Bedienbarkeit, ganz wichtig, muss reinsetzen und sofort losfahren können, ohne Handbücher zu lesen. Die Sicherheit, die Zuverlässigkeit bei veränderten Nutzerprofilen, ein ganz großes Thema, aber auch Dinge wie Reinigungs- und Wartungsfreundlichkeit, die Intermodalitätsaspekte, das Image, aber auch die Flächen- und Raumbedarfe in den Städten, die damit superponieren. Dazu kommen Themen, klar, wie die Demografie, natürlich ist es hip, heute zumindest nicht, als junger, agiler Mensch, ein Stadtmobil, ein Carsharing-Fahrzeug zu nutzen, aber da gibt es natürlich Grenzen im Sinne von dem, was ich auch körperlich noch darstellen kann, wenn ich halt einfach mal älter werde, wie gehe ich damit um. Es gibt Anforderungen an die lokale Emissionsfreiheit, also sprich, wie komme ich in die Großstädte, wo ich eben nichts emittieren darf an Schadstoffen hinein, auch Geräusche spielen da eine Rolle und auch ganz wichtig, die Energieprozesskette, die mehr und mehr als Bewertungsmaßstab herangezogen wird, sodass eben mein gesamter, kompletter Produktlebenszyklus relevant wird. Allein aus diesem kurzen Abriss wird es klar, es wird wahrscheinlich keine One-Fits-All-Lösung geben, auch das haben wir heute schon gehört. Wir haben also auch hier eine Vielfalt, die wir erzeugen an Lösungen und eben nicht eine Konzentration auf die allheilende eine Lösung. So, was sind jetzt also aber in diesem Sinne Innovationshemmer und wie können wir durch unsere Forschung im KIT-Zentrum Mobilitätssystem diesen Innovationshemmern ein Stück weit begegnen? Da gibt es natürlich die ganz klassischen Ansätze, an die Sie da sofort denken, wo wir im Übersichtsvortrag von Herrn Goderer ja schon ein paar Beispiele gesehen haben, man schaut sich neue Maschinenkonzepte an, man schaut sich neue Werkstoffe an etc. aber es gibt auch einige auf den ersten Blick etwas weichere Themen, die dann aber sehr, sehr wichtig werden, nämlich wie finde ich denn, wie schon angedeutet, die richtige Antriebssystemtopologie, wie mache ich die Eigenschaftsabsicherung und Validierung, also im Sinne der Zuverlässigkeit, wie erzeuge ich das Wissen über das Verhalten des Antriebssystems bereits in frühen Phasen, wenn ich erste Ideen, erste Vorstellungen habe, wie das Antriebssystem auszusehen hat, wie das Antriebssystem aussehen wird, und nicht erst in einer sehr späten Lernkurve am Markt, und wie optimiere ich die einzelnen Subsysteme auf die Bedarfe des antriebstechnischen Gesamtsystems. In aller Kürze der Zeit so ein paar Beispiele hier zur Identifizierung eben der Antriebssystemtopologien. Wir sehen bei der Synthese, also bitte erst gar nicht versuchen, das im Detail zu lesen, das ist gar nicht der Anspruch, das sind nur einfach mal Wechselwirkungen, die innerhalb von so einem Antriebssystem wirken, die hier in einem speziellen Modellierungsverfahren einfach mal dargestellt sind, als Diagramm dann drinnen sind. Auf Basis von diesen Wechselwirkungen werden jetzt hier bei uns zum Beispiel einzelne Modelle erstellt, die das Verhalten von antriebssystemtechnischen Komponenten im Wechselspiel mit den genannten Randbedingungen darstellen, also zum Beispiel das Verbrauchsverhalten, das dynamische Verhalten der Kraftmaschine, die Kennfelder der jeweiligen Kraftmaschine, aber halt auch Anpassungsmöglichkeiten über verschiedene Getriebekonzepte, Hybridkonzepte der Drehmoment- und Drehzahlkurven an den tatsächlichen Bedarf, den ich habe im Sinne der Fortbewegung des Fahrzeugs. In dieser simulationsgestützten Welt habe ich jetzt alle Variationsmöglichkeiten und ich kann mir jetzt unter dem Aspekt CO2-Emissionen, aber unter dem Aspekt Nutzwerte, Schaltungen etc. die entsprechenden optimalen Lösungen dann genauer anschauen. Ja, Eigenschaftsabsicherung und Validierung, also woher weiß ich letztendlich, was mein Fahrzeug denn später im realen System macht. Die Eigenschaften hängen natürlich sehr stark jetzt wieder ab, ich habe es versucht schon so ein bisschen auszuführen, von dem Verhalten des Fahrers, der da drinnen ist, aber natürlich auch von den Umweltrandbedingungen. Sie sehen hier, das ist eine Originalaufnahme von einem unserer Untersuchungseinrichtungen, einen Prüfstand, einen Rollenprüfstand, bei dem letztendlich hier Umgebungssituationen hineinprojiziert werden. Sie sehen da vorne, das ist ein Videobild, hier das ist also ein Videobild, was jetzt der Prüfstandsfahrer, also hier sitzt noch ein Mensch drin, dann sieht und wir können jetzt quasi die Interaktion mit dem Menschen auf dem Rollenprüfstand selber schon untersuchen. Das ist deswegen wichtig, weil ich das in einer sehr viel früheren Phasen machen kann, als ich jetzt zum Beispiel später in einem Flottenversuch auf der Straße das durchführen kann und ich kann Dinge unter definierten Randbedingungen und reproduzierbar darstellen. Das ist also etwas, was in einem Framework hier, wir nennen das so, entstanden ist im KIT, das ist das sogenannte X-in-the-Loop-Framework, also X-in-the-Loop-Ansatz, das bedeutet, man hat das X, das ist also das, was ich eigentlich entwickeln möchte und untersucht das unter den Randbedingungen, die der Fahrer vorgibt, die die Umgebung, die Umwelt vorgibt, für verschiedene Testszenarien und Fahrmanöver, so, dass diese Komponente quasi ihre spätere Realität vorweggenommen zieht. Ja, und das kann man also dann auch runterbrechen, eben dann eben nicht nur für das Gesamtfahrzeug, sondern für jede einzelne Antriebssystem, technische Komponente, also hier jetzt ein Getriebesystem für die elektrischen Systeme und wir bauen im KIT, also dieses Framework quasi auch institutsübergreifend im KIT-Zentrum Mobilitätssystem in Baden-Württemberg durch eine neuerliche Initiative sogar über die verschiedenen Forschungsstandorte bis in die Uni Stuttgart, Ulm und verschiedene Hochschulen. Weiter, weiter aus. Ja, ein sehr etablierter Ansatz, der hier aus dem KIT doch maßgeblich mit vorangetrieben wurde und in der Zwischenzeit auch in die Industrie massiv Einzug gehalten hat. Die Modellierung von Wissen, das ist eine ganz wichtige Geschichte, also wie modelliere ich jetzt mein antriebssystemtechnisches Verhalten und das erzeugt einen ganz neuen Trend. Früher hat man quasi einen Antriebstechniker, das war oft ein Maschinendynamiker, das war vielleicht auf der Antriebseite ein Verbrennungskraftmaschinenmann oder ein Elektrotechniker, das geht bei dieser Komplexität nicht mehr. Das ist eine ganz klare transdisziplinäre Aufgabe. Wir haben ganz neue Modellvorstellungen, die wir dort einbringen müssen, an denen wir arbeiten. Aber das Ganze geht natürlich nicht, wenn gleichzeitig die fachspezifischen Experten in ihren Komponentenoptimierungen auch vorankommen und auch das ist etwas, was Sie quasi in der Form sicherlich nur im KIT-Zentrum Mobilitätssysteme deutschlandweit finden, dass wir quasi für fast alle antriebssystemtechnischen Komponenten auch wirklich Fachexpertise im Haus haben. Also hier vom Professor Koch für die Verbrennungskraftmaschinen, Herr Doppelbauer für die Elektromaschinen, aber halt auch hier Dinge wie die Batteriesystementwicklung oder eben Getriebe, Kupplungskomponenten, um diese dann wiederum an die Spezialitäten, die sich aus den neuen Antriebskonzepten ergeben, dann adäquat anzupassen. Ja, und dann bin ich auch an der Stelle schon wieder an einer Folie, die Sie bei Herrn Prof. Gotterer schon gesehen haben. Da wechsle ich auch kurz den Hut und berichte nicht als Antriebssystemtechniker, sondern als Geschäftsführer vom KIT-Zentrum Mobilitätssystem und möchte Sie auch noch mal an der Stelle ganz herzlich einladen, das, was Sie jetzt hier im Vortrag und in den Vorgängervorträgen gesehen haben, bei uns am 27. dann auch live zu erleben. Also die Prüfstände werden wir auch Ihnen öffnen, so dass Sie dort auch live diese Untersuchungen verfolgen können. Sie sind dazu also herzlich eingeladen. Dankeschön. Applaus 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 Applaus